Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play! Wieder beim Horror Marathon, meine Fresse schon fail ich, Mann ey! Naja, ich muss heute leider wieder nochmal einen Part von Kennels rausbringen, weil ich hab ein kleines Problem, die Spiele, die ich eigentlich auch noch machen möchte, oder wollte, hätten eine Spiellänge, die ist unglaublich, also ich hab mal eine einzige Runde gespielt davon, das waren über 20 Minuten oder so, ich glaub sogar 25, wenn ich mich nicht täusche, also es war wirklich krass lange, kurz gesagt, heute muss nochmal Kennels raus, ich werd gucken, dass ich bis morgen ein neues Spiel finde, was ich dann noch dazu bringen kann, tja, aber tut mir leid, Leute, ich kann auch nichts dafür, ich frag mich, was passiert, wenn man hier die Clip runterspringt, ich will es gar nicht erst ausprobieren, egal, da ist wieder die Hütte, naja, ich hoffe mal, dass ich heute nicht unbedingt so schnell aufgebe wie gestern, aber jetzt weiß ich wenigstens um, was es bei diesem dreckigen Game geht, okay, wartet, hier war irgendwo eine Kerze, das war jetzt noch da, Kerze, 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 Bäm, Bitches, jetzt hat keiner hier meine Schoss gegen mich, kann ich das doch irgendwie anders anmachen, nein, natürlich nicht, gern Kerze, gern Kerze, Scheiße, hier war noch eine, jetzt, Bitches, wartet, hier, und da war dieses komische Vieh, ne, Wow, warum ist die Kerze nicht an? Fuck the shit, da war doch gestern die Kerze noch drin an, egal, Oh Gott, warum war die Kerze heute nicht an? Gestern war sie doch noch sofort an, leck mich, du Misty, du hast die doch ausgemacht, stimmt's? Ich frage mich, ob man hier auf den Tisch kann, ja, man kann es, man kann hier die Sachen umwerfen, Wusel, 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 Oh, sorry, Leute, ich bin gerade ein bisschen merkwürdig drauf, ich hatte den ganzen Tag bisher nur Horrorgames gespielt, außer ein einziges, davon habe ich auch ein paar Aufnahmen gemacht, aber das waren wirklich nur so Spaßaufnahmen, wo ich so gelabert hätte, als wäre ich komplett verrückt, was ich auch eigentlich bin, also ich habe wirklich gelabert, als wäre das so real life, voll lange Weile mal reinlabern, habe ich auch eigentlich gemacht, ja, ich glaube, diese Aufnahmen werde ich aber niemals online stellen, weil das war wirklich ein bisschen cranky, weil ich da gelabert habe, lolololololololololololololol ich habe Angst, in die nächste Tür zu gehen, war da auch so ein Vieh oder nicht? Ah, nein, hier war eine Kerze, gut, war hier auch irgendwo noch eine Kerze? Neun, da war noch so ein Vieh hinter der Tür, das weiß ich, na, ich überlege gerade, darf ich mal aufmachen? Ja, klar. Da ist es auch schon. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Willst du nicht ins Licht? Schade eigentlich. Ich überlege gerade, wo soll ich lang gehen? Ach, komm, wir öffnen mal hier die Tür. Sind hier irgendwo glühende rote Augen? Anscheinend ja nicht. Ist hier irgendwo eine Kerze? Da ist eine Kerze. Ach, mein Bett. Wusel, 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 wusel. Ich war gerade, glaube ich, da drin verpackt. Lol. Scheißstuhl. Kann man das Buch hier lesen? Ne, ist zu dunkel. Naja, wird der Raum auch schon mal ausgeleuchtet. Glaubt ihr, da oben ist was? Also ich habe irgendwie das Verlangen, da hochzugehen, aber... Ja, dass da nichts ist. Ach, komm. Wow, 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 wow. Waren das wieder die roten Augen? Nein, da ist irgendwas. Da ist irgendwas, oder? Ja, eine Tür. Was weiß ich, wenn ich die Tür öffne? Ah, mein Schlafzimmer. Nice. Also hätte ich gar nicht so viel Angst haben müssen. Egal. Ähm, ähm... Oh, there is it. Now I can go into my Keller. Klar! Stimmt ja, ich habe den Schlüssel jetzt gefunden. Der war ja im Bedroom. Oh, ne. Ne, jetzt hat das Vieh da drin das Licht ausgemacht. Egal, ich weiß, wo die Kerze steht. Auf dem Tisch. Wow. Wow. Stirb, stirb. Mach die Tür zu. Scheiße, ich kriege die Tür nicht mehr zu. Egal, hier ist noch überall das Licht an. Okay. Ich habe wieder vergessen, mir einen Timer zu stellen. Das gibt es doch nicht. Nein! Auch wieder so dunkel. Und da ist so ein Vieh. Scheiße. Da ist eine Kerte. Fuck yeah! Fuck you bitch! Leck mich! Ich bin besser als du! Merk's dir mal! Dunkler Gang. Karte, 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 Karte! Ha! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ja, Leute, ich versuche mich irgendwie mit der ganzen Scheiße, die ich ja mache, auf Laune zu halten. Also nicht wundern. Ist wieder eine Tür? Oh, Scheiße. Ich glaube, hier geht's in den Keller. Oh Gott, ich kriege jetzt schon... Ich kriege jetzt schon Angsterscheinungen. Es glotzt mich an. Ich muss ganz faustig sein. Nein! Nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Nein! Scheiße! Fuck! Mann! Leck mich doch! Ey, Scheiße! Tja, damit wäre diese Aufnahme auch beendet. Ähm, ja. Hat mir zwar Spaß gemacht, aber... Ha! Man kann nichts machen. Ich bin tot! Oh, Mann! Naja. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme, Leute. Ähm, ja. Was soll ich noch sagen? Viel Spaß weiterhin mit dem Horror-Marathon. Ach ja, und ich wollte mich noch entschuldigen, dass heute wieder keine Let's Play Slender rausgekommen ist, weil es hat nicht aufgenommen. Slenderman hat mich verflucht. Ich habe jetzt zweimal den gleichen Scheiß-Mod gespielt und zweimal ist die Aufnahme verkackt. Das gibt's nicht. Ey, ich habe fast Ausraster bekommen, als ich das bemerkt habe. Egal. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Horror-Marathon. Ähm, schreib mir mal ein paar kleine Tipps unten in die Kommentare, was ich vielleicht noch so spielen könnte aus Fun. Wirklich aus Fun. Vielleicht am besten was Kostenloses, weil ich habe zurzeit nicht gerade allzu viel, ne. Und ja. Hm, was soll ich noch sagen? Ich freue mich aufs nächste Mal, Leute. Ähm, viel Spaß noch und ciao! Oh, äh, ja, stimmt ja, das kommt ja auch noch. Ähm, ja, aber jetzt, ciao! Wuhu!